Leute, heute in diesem Video wollten wir euch einmal sagen, was auf diesem Kanal so kommt. Also wie ihr wahrscheinlich schon auf dem Fernseher da seht, ein paar Playstation Tutorials. Und ich habe ja auch eine Playstation 4. Davon kommen ein paar Tutoriums. Und hier habe ich gerade einen schönen Porsche bei Need for Speed 2015. Und hier könnten wir gleich ein hartes Durchgreifen machen. Aber das machen wir jetzt einfach mal nicht. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video und tschau. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr liken, kommentieren und das Video teilen. Und euch es favorisieren und in allen sozialen Netzwerken teilen. Bis dahin und tschau.